Die haben rumwürdeln, ne? Na ja, ist ja normal. Vibration. Ja, ja. Hallo. Hallo, leben sie noch? Das ist geil. Ich heb sie alle hoch und du machst sie alle nieder. Hallo, leben sie noch? Keine Antwort bei den Knäffern schon nie machen. Ich? Echt? Hm, Ratten. Kann ich dich überhaupt wiederbeleben, wenn ich hier diesen komischen Strahl mache? Hm. Bestimmt, ja. Das bringt das. Wahrscheinlich, wenn ich am Boden liege, oder so. Fällt dir meinen Arm? Von oben. Da ist ein Schädel. Oh ja. Hast du überhaupt keine Waffe mehr? Ne, kommt noch. Boah, was für ein Lichteinfall hier, ey. Ja, hier muss ich mal nach oben gucken. Bei dem Schacht. Lauf einfach mal vorbei. Und guck nach oben. Lauf einfach mal vorbei. Lauf einfach mal vorbei. Ja, da war der Arm. Warte. Ne, ist das geil? wo muss doch auch nur im kopf und da kommt weil es hier perverser fixer Oh, schön bunt hier. Boah. Gezählt alles, ey. Hallo, Radio. Ja, den nimm ich mal mit. Oh. Das ist ja nochmal drauf geschossen. Oh, ich hör was. Oh, Achtung, ey, jetzt los. Oh, wer ist jetzt los, ey, da? Danke. Kommando, hier ist Echo 3-1. Wir haben ihn. Wir bereiten uns auf Betäubung und Transportboden. Wir kommen auf deinem Herzen, mit dem wir wollen. Oh, voll die Murme, ey. Oh, komm, wiederkommen. Ich hab voll einen ins Gesicht gegeben. Er hat sich noch bewegt. Hier ist noch ne Leiche. Was Tim und ich nochmal machen. Brauch auch noch ein bisschen Seelenrand. Kann man mitnehmen. Oh. Hast du was zum Knappern? Ey, was machst du da, ey? Hast du was zum Knappern? Hast du doch eh ein Loch im Kopf. Oh, ich werde mal reinspringen in die Scheiße. So. Ein Knapp-Truppe Echo hat keine Verbindung mehr. Wenn wir dieses Subjekt nicht bald ergreifen, wird uns das Kommando in der Luft zerreißen. Boah, nee, ne? Ah, kommt jetzt bestimmt der Kopf. Was war das? War aus wie ne Glasflasch. Ich hab' ich gesehen. Glasflasch oder so? Warte mal kurz. Irgendwas hab ich da im Auge. Ja, das stimmt. Ei, ei, ei. Ja, mach mal raus. Geile Waffe. Wo hast du die denn gefunden? Ach, sie lag da irgendwo. Ist doch ne Desert, oder nicht? Stimmt. Ja, ist ne Desert. Oh, alles klar, ey. Das ist immer geil. Wir sind getroffen. Ja! Ich bin hier im Haus hier drin. Geh zurück, geh zurück! Warte auf andere Spieler! Oh, er ist da, ey! Oh, was auch vonaut er! Geh zurück! Ja! Der gewinnt, alter! Boah, alter! Das geht gar nicht klar! Ah, hier ist ein Seelending! Den kannst du da nehmen! Ach, da! Komm mal! Halt mal! Halt mal! Halt mal! Oh! 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 Scheiße! Danke! Was ist mit dem Helikopter? Oh! 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 Oh, weg! Ich hab mich gut gemacht. Oh, das ist gar nicht so. Oh, der ist gar nicht so. Wo ist er denn? Ach, da oben! Oh nein, nein! Boah, ich kriege was, oder? Ich bin nicht mehr. Oh, ey. Beide schießen in meinem Kopf, alles klar. Zurückverlassen zum Klammeln von Charlie und halten bis Micha und der Steffung eines Beseitigt werden. Okay, ich komme zurück. Okay, ich komme zurück. Ich bin nicht los, ey. Oh, bitte, ey. Pass bloß auf, wo du hinläufst. Ja, hier könnte man rund... Oh, ich bin nicht da. Bogen die da. Warte. Ah, guck mal da oben. Ja. 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 Ich bin nicht ewig verstecken. Halt's Maul. Da oben drin ist er. Das ist ein Tor, das ist ein Tor, das ist ein Tor. Boah, wenn die Treppe hochkommt, ist etwas ja wieder runter, ja. Ja, da ist irgendwas. Okay, ein Ferdin, ich kippe euch. Da sind sie gestrichen, ab jetzt fest. Boah. Ich wollte auch gerade. Ei, 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 ei. Ich bin da mal nicht schlecht, ey. Der geht mal voll ab. Alles gut? Ja, okay. Hier, ja. Uh. So. Weil ich kapp nicht, gell, war das schön nicht. Kommando Charlie Two Six, benötige voraussichtliche Ankunftszeit für Mecha-Unterstützung. Marfall Three ist unterwegs, um Mecha-Unterstützung zu bringen. Wohl überwoll. Wir haben ein feitiges Krieg. Wie geht's? Ah, das hat nicht geklappt. So, das hat nicht geklappt. Das hat mich erwischt. Nein, nein. Kommt, mecha, beijscht. Kommt, mecha, beijscht. Kommt, mecha, beijscht. Wir haben nicht auf. So viel zum Thema Unproblematische. Liegst du? Oh, scheiße. Oh, komm, geh runter. Was ist denn mit den großen Dingen da? Oh, scheiße. Du Hurensohn! Geh zurück, geh zurück! Uwe, ey. Oh, hier, hier, hier. Ich liege schon wieder. WTF? Alle, Augen nach. 12 Uhr. Ich habe nicht Kontakt. Ach, da oben. Ja, nicht in der. Woa. Geist, nee. Oh, shit, 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 shit. Wo bist du? Ja. Ah, ja. Ah, fuck. Das ist ja alles einherbisch. Ich habe mich nicht. Ach, fuck. Ich habe mich nicht. Ach, fuck. Ach, fuck. Ja, was ist doch mit den Scheißgranaten? Du, eh. Was? Was? Fuck. gesperrt dann ist schon glaube ich weiter ne ist nicht schon richtig gesperrt also gerade war er gesperrt muss jetzt nicht so offen sein cool lag ich schon zweimal auf dem Boden dreimal wir müssen diesen Elicommer verfolgen na jetzt wirds Hammer hier eh ah wurde ich da ja auch nicht achso eh was ist das was ist das boah ah scheiße die sind im nicht die sind India 2-4. Facing vorbereitet. 好,摔著摔著 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 哎唷 Geil. Boah. Ja, sure. Bayağı hefteş. Musik